Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist Mit Kampfpreisen Ja Leute, da bin ich wieder zurück Nach einem kleinen Relog Ich hatte einen kleinen Time Bug Und jetzt gehts weiter Jetzt fahren wir mit und schön elegant hier durch die Gegend Und die anderen sind keine Ahnung wo Komm, wir treffen uns mal alle Wieso Wolltest du keine 7k? Wolltest du jetzt keine 7k haben? Hast du mich schon überwiesen Alter, ich könnte dir payen Man So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück Bei Let's Play Ich wollte wirklich schon wieder Minecraft sagen, Alter Also wenn du's mir payen möchtest, dann kannst du ruhig payen Mike Und Und Neuzugang beim LPT Team Ähm Parsi Genau Parsi Der schon bestimmt bald 3 Parts, 4 Parts mitmacht 2 Parts von mir Und bei mir ist ja schon keine Ahnung wieviel der Part Ich mach 30 Minuten Part Ja du, ich schneide meine kleinere Parts also Ja Ich nicht, du Äh, du Doch, weißt du Sicher? Du bist Du bist ganze 2 Wochen in meinem Leben Ja Kommt der BSN? Ja, wo bist du? BSN, wo bist du? Da ist ein Motorrad rein, Alter So, dann machen wir's Ich steh hier aufm Parkplatz mit meinem Element Ja Ich Ha, du bist da grad reingefahren Wo ich grad getreten Hi Boah Ja, nein Ich hab meinen nächsten Punkt bekommen Kann man ja auch, ähm, wegen Leute ausrauben Ne, ne Nein Warum geht Techno-Base nicht? Ähm Weil Techno-Base, warum dann bugt Tut er schon immer Ben 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 Being Ben Ben Kannst du mich auch einladen? Ich bin kein Leader Sollte ich eine neue Gruppe erstellen? Nö Wir brauchen keine Gruppe Das brauchen wir auch nicht Was wollen wir jetzt hier machen? Auf Call warten Willkommen zurück Bei mir ist gerade kurz die Aufnahme abgeschmiert Also nur ein paar Sekunden Call kommst du bis in Ich bin auf dem Desktop gegangen Während ich noch aufgehne Map Da hab ich jetzt einfach mal schnell Fraps geschlossen und hab mich neu angelockt Call kommst du Dings PSN Unterwegs Nee, kann bock Booty Lass mal kurz hier gehen Hier blende ich lieber ab, hier ist ein verdammter Ding Wow der Laden ist ja mal offen, Wunder Ja Der ist schon immer offen Nein, wo Call und ich aufgenommen haben war dazu Ja Weil keine Waren da waren Ja Ja Da die Trucker auch sehr viel beschäftigt sind Fress halt vor mir was ey Ja Ja Das sieht so scheiße und nachher aus am Video, weißt du das? Nein Doch Geht Meine Motorhaube fehlt ja Ach Oder? Jo Set Doch Ja 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 Marcel ist schon an einem vorbeigefahren, mann Weiß ich nicht Ah, scheiße, der ist ja zu Kacke Dann fahr mal vor Los, gib Gas Oh, das war chillig, mann Nur 2, ich komm nicht hinterher Nicht Oh, mein Gott Wo seid ihr grad überhaupt, Leute? Äh, Taxi Base Ja, ich komm mal wieder Ich komm mal zurück runter, ne? Ach man, ich wollte ja nicht töten Komm Komm, ein Da ist schon wieder geblitzt worden, Alter Aha Ey, der ist schon mein dritter Punkt Da guck, da wo Heiko ist Da Ja Lol, haben wir die gleiche Hupe? Alter, ich müsste mal meine Hygiene wieder aufbauen Äh, drehen Habt ihr Langeweile? Ja Nein Problem damit? Ey, geh mal weg, der Pasi Oh, cool Pasi, komm mit rein, wenn du auch noch reparieren musst Ja, okay, warte noch ein bisschen Ja, dann komm rein Dann einfach mal reparieren Nein, ich war das schon Ich hab das schon repariert, egal Ich hab das schon repariert Das ist zu Du hast das jetzt ja zu spät gesagt, Heiko Muss eh nochmal umlackieren Ich hab nochmal repariert, ne? Ja, ich kann auch nicht Lackier grad noch rum Ja Ich hab meine ganzen Gas Oh nice Äh, noch nicht zu machen Oh Gott, was, ey? Was geht euch noch gut? Was geht euch noch gut, oder? Was geht euch noch gut, oder? Zu dritt Zu dritt eh Oh Ja Oh yeah Arme F Hattest du Ey Schieb mal das Kabel runter, Alter Ähm Was denn? Schieb, schieb, sag wenns runter ist Hä, du bist bei mir auf K Ja Schieb auch mir Schnell Musste runter sein Nein, es steht immer noch auf WTF Es steht nicht auf, denn du schiebst aufm Auto Nein Doch Ich Ja Ich tot Ja du Du sollst nicht immer aufs Land gehen Äh, afk gehen Also los schieb, 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 schnell WTF Ja Keiner Du warst ganzes mit afk nur zu irgendwo Ja Ja Es ging doch nicht anders Call noch nicht zu Wenn du afk bist, bringt dir uns jetzt nichts Ja Such mal ein Medic Oh, Alter, dieses Sound ist so richtig ekelhaft, Mann Bin ich Ich hab mal ein Medic gesufen, ne Tue ich reparieren Wieviel Medics wollen wir noch rufen? Ähm Ah, jetzt Ah, Dankeschön Sag bei mir ein Vielen Dank Ähm, hast du deinen Wagen versichert? Wer meinst du? Ach sie? Nein Das Wagen, den Wagen und ich, aber mein Motorrad Ähm Wo versichern, wo tut man den versichern? Oh, man braucht keine Versicherung, Leute, ey, warum gibt ihr so viel Geld aus für eine scheiß Versicherung, ey Einfach auszahlen lassen, mit Mutterschaden zur, äh, zur Werkstatt schieben und fertig aus, ey, das ist so spalt wie Geld Komm, was wollen wir jetzt machen Man in Black Nein Das ist ja Ich mach dir gerade meinen, 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 meinen Black